Die Tabletten nach dem Kater des letzten Jahreswechsels wirken noch gar nicht richtig, da ist schon wieder Silvester. Nur die Entscheidung ohne UN-Mandat in einen völkerrechtswidrigen Krieg zu ziehen, das ging noch schneller. Asozialdemokrat Thomas Oppermann ist das wurscht. Wir sind legitimiert, meint er. Außerdem sind wir nicht in einem echten Krieg, sondern bieten nur einen internationalen Ausbildungslehrgang an oder so, mein Merkel. Und dann ist da ja noch das Bindeglied zwischen Rüstungsindustrie und angestrebtem Staatsterror, Joachim Gauck. Der sagte nach Paris, aus unserem Zorn über die Mörder müssen Entschlossenheit und Verteidigungsbereitschaft werden. Richtig. Verteidigungsbereitschaft, Verantwortung, Vergnügen, Verwirrung, Verfall. Deutschland muss kämpfen. Bis zum letzten Mann gegen den weltweiten Terror mit Maus und Mann und Gewehren und Panzern und Flugzeugen müssen unsere Werte verteidigt werden. Dieser ganze Abendland-Scheiß, den man im Moment alle Nase lang hört, ohne dass irgendjemand genau weiß, was das eigentlich ist. Wir regen uns auf. Das ganze Jahr schon. Über Fluchtsuchende mit Handys. Über die Islamisierung Sachsens, die ja wohl in vollem Gange ist und die auf das ganze Land übergreift. Wie ein Virus, eine Epidemie. Sie wollen uns Weihnachten wegnehmen und Negerküsse und A-Hörnchen und B-Hörnchen. Sie wollen uns zwingen, uns zu verhüllen. Sie nehmen unseren Obdachlosen die Obdachlosigkeit weg. Unsere blonden Frauen sind nicht mehr sicher. Nur eine neue Haarfarbe kann sie noch retten. Wir verbünden uns mit Saudi-Arabien gegen den Terror. Im Zweifel ist ja jeder Scheiß dazu da, den Terror zu vernichten. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Das gerade als frisch gekürte Nummer 1 in Sachen Waffenimporte so friedlich unterwegs ist, dass man es kaum glauben mag. Passend tut das ja. Wir sind die Cracks im Exportieren von Waffen. Saudi-Arabien hortet sie alle. Nur für den Fall der Fälle versteht sich. Also, falls Terroristen uns dumm kommen oder Dumme uns terrorisieren. Wer einen Zusammenhang zwischen Waffenexporten, Krieg und Terrorismus erkennt, gilt schnell als Gutmensch und Weichei. Den IS könne man eben nicht mit der Yogamatte bekämpfen. Das meinen nicht nur die fett und satt gewordenen Grünen. Das ist allgemeiner Konsens. Stimmt ja auch. Durch stetiges Ein- und Ausatmen ist dem IS nicht beizukommen. Da doch lieber blinde Schießwut, planlos, ziellos, peilungslos. Sämtliche Kriege, pardon, Ausbildungslehrgänge der letzten Jahre sind im Desaster geendet. Aber das Austrocknen des Terrors, der Finanzen des Terrors ist trotzdem nicht so beliebt bei den Gauklern des Jahres. Außerdem machen Schießgewehre viel mehr Spaß und kurbeln gleich noch die eigene Wirtschaft an. Da erschießen wir doch lieber zwei Fliegen mit einer Knarre. Und trotzdem. Das Fest war besinnlich, fand besonders Markus Söder, der sichtlich besonnen auf Facebook postete, dass Gott auch die Schwachen irre lieb hat. Söder schrieb stolz, dass nicht nur die Stärksten, Reichen und Besten hoffen dürfen, auch die Schwächsten, Kranken und Einsamen hätten super Aussichten. Sie werden erlöst. Da fragt man sich von was? Von ihrem Elend? Mittels Gnadenschuss? Und sonst? Was war so los 2015? Es gab einiges. Aber das Jahr stand und steht im Zeichen des Krieges. Und so wird es weitergehen. Auch 2016. Ach ja, Stefan Raab hat aufgehört. Was auch immer das bedeuten mag. Was auch immer da? Wo sind alle Instらungen? Ach ja.